Ja, ich muss auch immer überlegen. Manchmal vertippe ich mich auch. So, ich glaube, ich habe dich... Doch, da bist du ja da. Da bin ich. In diese Richtung da hinten, wo ich gucke, ist eine Festung. Zumindest sah es so aus. Ich habe Fans gesehen. Da hinten, dieser Hügel, der sich da aufbaut. Da ist oben auf jeden Fall Zaun drauf. Bei mir ist noch gar nichts. Also, gerade in die Richtung hier. Ja. Nee, nee. Ich sehe da noch gar nichts. Ich weiß es gar nicht. Siehst du Umrisse? Ja, nö, nö. Ich gucke mal gerade, was ich für eine Sichtweite habe. Nach, da siehst du so eine leichte Umrisse. Ich habe acht. Acht, echt? Ja, acht normal. Option, Grafik. Ich habe acht normal. Habe ich auch. Da vorne sind Umrisse. Also, wenn du auf C drückst in die Richtung, da siehst du Umrisse und einen Zaun links oben drauf. Ach, du C, natürlich. Das ist ja dieses Ding da. Ja. Genau, das Optifine. Genau, habe ich ganz vergessen. Da siehst du links oben einen Zaun. Nee, nicht wirklich. Aber ist doch egal. Zeig es mir einfach. Beziehungsweise... Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber. Wir müssen da rüber. Persönlich würde eigentlich gucken, dass wir uns recht weit unten bewegen. Und von Ding zu Ding bauen, oder? Komm mal mit. Von Insel zu Insel? Ja. Oh, hier kannst du nochmal abbauen. Ja. Na. Baust du die... Äh... Dinger für Erfahrungsboote ab? Ja. Ähm. Äh. Verschwinde mal da. Immer weg da. Nicht im Weg stehen. Und nicht angrunzen. Das ist nicht hoffentlich. Du doch nicht. So, wir kommen runter. Komm hier. Gerade vorhin waren hier noch nicht so viele Schweine. Ja, die kommen immer wieder. Aha. Gut. Prima. Brauchen wir uns nicht... Oh mein Gott. Was? Hast du einen gehauen? Alter. Nein. Ich baue gerade das Ding, aber auf einmal fällt er mir da entgegen. Oh mein Gott. Ich hätte ihn aber fast gehauen. Und dann, 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 dann wäre alles los. Und dann, dann wäre, dann wäre Ende. Ja, gute Nacht. Dann, dann, genau. So. Ich drücke mal die Feststell-Taste. Oh Mann. Du kannst das Ding gerne ein bisschen breiter machen. Mach ich doch gerade. Ich sehe es ja nicht, was du da machst. Also wenigstens zwei breit. Das ist schon sinniger. Dass wir da... Ich habe, wie gesagt, keine Fackeln, ne? Also ich kann nichts mehr ausleuchten. Keine Fackeln. Nein. Du hast dich sehr gut vorbereitet. Du hast doch alles mitgenommen. Okay. Ich habe auch nur noch neun Stück und dann ist Ende. Siehste. Du hast dich aber vorbereitet. Ich habe alles andere dabei. Hast du Kohle, Holz? Holz habe ich, aber keine Kohle. Ah, ich habe sechs Kohle. Ja, siehste. Dann kannst du hier schmacken. Du bist ja wenigstens. Wenigstens ist es ein bisschen, den Weg markieren. Wobei, eigentlich ist es ja Quark. Wir haben ja eh den... Ah, jetzt sehe ich. Ja, aber super ist das eine Feststellung. Ja, klar. Ja, ich habe vorhin nur so eine Viette gesehen. So ein kleines bisschen. Da hast du echt mehr gesehen als ich. Ja. Liegt es vielleicht auch am Dingpack. Sag schon. Shader? Doch, Shader? Shader, Shader, genau. Könnte sein. Bei mir ist es wirklich neblig. Nee, bei mir nicht. Ja, bei mir ist es komplett neblig dann. Nein, gar nichts. Ich sage ja bei mir. Ach so, ja, ja, okay. Ja, bei mir. Oh, ein Magmaschleim. Ja, habe ich doch eben auch gehabt. Ich habe aber Angst, wenn ich den haue. Der vermehrt sich. Der wird mehr. Nee, ich meine, dass der wegfliegt, meine ich. Ach so. Weil ich doch Rückstoß habe. Oh, blöd. Ich habe aber... Aber er hat nichts fallen lassen. Okay. Die olle Potzau da. Ich habe aber für einen. Einen habe ich. Einen, ein Ding habe ich. So. So. Und jetzt fallen wir in die Lava rein tot. Waaah. Ja, das wäre... Das wäre mies. Shit. Oh mein Gott. Guck, 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 guck. Was denn? Was denn? Guck mal in die Richtung, in die ich baue. Ja, das ist noch mehr. Die Brücke? Ja. Ich gehe wieder. Ich habe eigentlich... Ach, Quark. Irgendwie, wenn ich mit dir unterwegs bin, dann ist hier echt, äh, Hölle los. Tschüssi, sissi, sissi. So. Oh, und hier fängt es an. Sollen wir uns da reinbauen oder... Oder warst du schon mal so nah drin in so einer Festung? Na klar. Na klar. Das ist noch nie. Das ist mein erstes Mal. Was? Ehrlich? Ja. Ernsthaft? Ja. Ich habe mich schon nie ins Neser reingetraut, weil ich dann gestorben bin. Also, pass auf, pass auf, pass auf. Eigentlich, eigentlich coole Sache. Ja. So. Aber, da drin gibt es ja diese besonderen Skelette. Die Wisserskeletons. Und die Wisserskelette. Genau. So. Ähm. Da gibt es natürlich einen Trick. Also, in diesem Ding sind ja etliche Gänge. So. Und die sind alle drei, drei Blöcke hoch. Okay. Die sind also im Prinzip so groß wie ein Enderman, diese Viecher. So. Wenn du einfach in einem Gang dir auf den obersten zwei, äh, Quatsch, auf der obersten Ebene sozusagen eine, 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 eine Reihe Blöcke legst, dann kommt der da nicht durch. Dann hat er Pech. Ja. Okay. So. Genau. Und dann kannst du den ganz bequem, wenn der vor dir steht, kannst du den sozusagen erledigen. Okay. So. Und das ist auch gar nicht verkehrt. Bauen wir uns hier rein, oder wie, wie kommt man da am besten rein? Das kommt drauf an. Also, da wir jetzt sehr tief sind, ist es vielleicht sinniger, uns nach oben zu bauen. Nicht rein, weil das sind Stempel. Du kommst ja nicht, nicht, nicht weit. Wir müssen nach oben. Hier, oder? Am besten hier hoch bauen. Ich such dich gerade. Problem ist, ich sehe nicht wirklich viel. Im Moment. Hä? So. Ach, nee, Moment, wo bist du? Okay. Ich habe gerade Gänsehaut am ganzen Körper. Spooky, ich sehe nicht. Du siehst mich nicht? Nein, ich sehe gar nichts. Hier ist super dunkel. Ja, wo, wo, wo? Hä? Ach, ich weiß auch nicht, in welcher Richtung. In welche Richtung. Ich bin hier. Aua. Wo? Da. Hier, 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 hier. Ich bin über dir, über dir, über dir. Ach. Du bist der weiße Punkt auf der Karte. Ja. Ich verstehe. Genau. Ich habe dich extra größer gezogen. Ich sehe dich als Symbol, also als, als Kopf. Wie hast du das gemacht? In den Map-Einstellungen von dieser Map. Da kann man die Größe einstellen. Von Player Heads, glaube ich, nennt sich das. Oder Player Icons. Moment, äh, Größe der Karte klein. Nee, nicht. Genau. Spieleranzeigen. Äh. Monster Items. Glaube ich, hier weiter hinten. Ich guck mal. Player. Player, Player, Player. Look, Player Heads. Genau, Player Heads. Okay. Und die habe ich bei mir auf zwei. Nee, Quatsch. Ja, ich meine, wenn ich den Kopf wehe, dann ist ja okay. Dann kann ich dich ja unterscheiden. Ich sehe es jetzt gar nicht. Ist aber wurscht. Genau. Solange du den Kopf siehst, ist ja gut. So. Ich baue einfach mal hier diese, diese, die Neta-Ziegeln ab. Die kannst du, ja, kannst du abbauen, aber kannst du auch selbst machen. Näh ist ja weg, brennen, dann kriegst du Bricks. Dann hast du nichts. Nee, wir müssen, wir müssen viel, also noch ganz weit nach oben. So, und ich höre hier schon irgendwo so ein Skelett rumhampeln. Ich höre ein Garn. Ein, ein Marshmallow. Oh, ich bin drin. Ja, dann lass mich mal ganz kurz vorbeigucken. Oh mein Gott, du hast mich gerade zu Tode erschreckt. Ah, hier ist ein Ende. Okay, das ist alles klar. Nach oben. Und am besten ist, wie gesagt, mal so eine Reihe. Halt. Oh, das ist, alter Schwede, das ist höher hier. Ja, ich wollte gerade sagen. Ah, das ist inzwischen noch. Nee, die haben die höher gesetzt. Oh. Oh, geil. Da hinten ne, da kommt ne, da kommt ne, da kommt ne, da kommt ne Loa. Nee, die ist zu weit weg. Die ist zu weit weg. Ja, die, die hat mich so angeguckt. Die ist zu weit weg. Hier hab aber eine. Ja, und da wird wahrscheinlich auch ein Spawner drin sein. Lalalalalala. So, ich setz mal hier kurz ein paar Blöcke, dass wir hier Ruhe haben. Die Loa, Achtung. Ja. Oh Gott. Haha, ich hab dich getroffen, du, du, du. Ja, aber warte, wir müssen... Was sind wir eigentlich? So, da ist ein Ding rausgekommen. Versuche mal gerade da hin zu gelangen, okay. Oh, das ist ein... Äh? Das ist ein Skelett gewesen. Wo? Ist runtergefallen. Wo das ist ein Gas? Ah, danke, Gas. Endlich sehe ich was. So. Oh mein Gott. Ich hab ne Loa. Echt? Gut. Komm mal hier rüber. Hier geht's noch runter. Was gibt's noch? Pff, dasselbe. Und Näsarquartz. Äh, nein, nein, hier, die, äh... Näsar, warte, warte, warte. Oder da ist einer, da ist einer, da ist einer. Pass auf. Ach so, einer. Ha. Hast du? Gut. Für ein Skelett. Ja, 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 warte, warte, lass mich mal, genau. Bin schon dabei. Okay. So. Kann einer sein, muss nicht sein. Nimm Soulcent mit und nimm diese Näsarquartz. Oh Gott, hier hat uns gehört. Ja, wenn der hinter dem Ding ist, ist doch nicht schlimm. Äh, hallo, auf der anderen Seite geht's weiter. Dahinter der Treppe. Ja. Und da ist einer? Genau. Aber, oh, jetzt. Ah. Ach, der kommt da nicht raus, oder was? Schein klemmt der, ja. Guck mal, ob du, ob du, ob du, ähm, Dings mitkriegst, ein, äh... Ein... Ach, wie heißt das, äh... Ein Wiss... Ein Wissers... Ein Wissers... Kopf... Hat. So, was kann man damit machen? Wenn du drei Stück hast, kannst du den Wissers dann, ne, dir spawnen. Ach so. Nee, brauche ich nicht. Kein Bedarf. Den, den... Den, sagen wir mal, den... ...kleineren Endgegner. Kein Bedarf. Doch, der, der ist Bedarf, weil der Sachen spawnt. Boah, der ist so dunkel, ey. Ich seh ihn null. Da musst du dir aber ne Ding bauen, ne... Arena. Nicht wirklich. Nicht wirklich. Brauchst ein paar Säfte und... Achtung. Gehst in eine Höhle. Ah. Stinker. Ja. Holen wir uns den. Boah, du bist mutig. Oh, das ist ne Kiste, das ist ne Kiste, das ist ne Kiste, das ist ne Kiste. Du rennst einfach durch. Kiste, Kiste, Kiste. Ja, natürlich. Hier sind viele Kisten. Und hier kriegst du dann auch... Oh, da geht's weiter. Ich würde sagen, wir gucken hier erst mal das alles hier durch. Hier geht's auch noch weiter. Was war in der Kiste drin? Äh, ein Goldbarren und ein Feuerzeug. Okay. Ging's da? Du, ich seh nix. Ehrlich. Null. Oh, hier sind noch mehr. Hast du keine Fackeln? Nein, nicht mehr. Gar nix. Da. Hast du sie genommen? Nee. Ich hab sie wieder gegeben. Eine. Ja. Ja. Die kannst du ja in der Hand halten. Ach so. Dann nimmst du doch her. Genau. Stimmt. Und ich kann mir die auch eben mal hier hinstellen. Dann hab ich hier ein bisschen Licht. Ich kann das hier anbauen. Die eine würde ich immer behalten. So. Wenn nicht du wär. Ja. Da hast du die. Die Idee ist nicht. Alter. Nicht schlecht. Was denn? Ach, dann draußen ist die Lohe. Ich denke die ganze Zeit, wo ist denn das Mist wie ich? Oh, hier ist so ein Lava-Pool. Du bist du. Ach, da hinten. Ah, okay. Ja, das Ding ist groß. Hier kann man sich verlaufen, ne? Ja, ich weiß. Da gibt's eigentlich nicht wirklich was. Über uns ist irgendwas. Ja, was soll das über uns sein? Ach, da bist du. Hier, dieses Ding hier. Das ist nur ein Brunnen. Ach, nix zu sagen. Da vorne ist ein klein... Da ist ne Lohe. Oh, da geht's ja auch noch weiter. Richtig weiter. Da geht's überall. Ah, jetzt... Na, Zambi-Schwein. Tschüss. Das will ich mal hier gerade weghaben. Pass auf, ich baue hier nur Dings. Kannst du mal leuchten? Ne, geht ja nicht. Siehst du was, wenn ich leuchte? Ne, das ist es ja. Ich mach das mit, Dings. Warte, warte. Kein Problem. So. Geh weg. Das nehm ich wieder mit. Du hast da eingesteckt. Was? Die Fakke. Hier hast du noch ne zweite. Okay. So. Dann seh ich ein bisschen was. Au, da ist ein Wisserskeleton. Au. Ach, die sind okay. Das sind Schwertkämpfer. Du bist noch nie von einem gewissert worden, na? Du meinst, dass man da das, das, dieses, dieses, äh... Ja, ich weiß schon, was du meinst. Mhm, 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 mhm. Au, was ist das? Achtung, das ist ne Lobe. Ja, 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 uh, nein, das meinte ich nicht. Da, das Konstrukt da drum. Kloster. Hab ich nicht. Wenigstens ist die Lobe weg. Eine von diesen... Eine von diesen... Das ist ein Zombie-Pick. Oh, 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 ich weiß nicht warum. Ne, ich weiß nicht warum. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ich weiß nicht warum, der mich jetzt jagt. Alter, okay, da greift mich auch an. Scheiße. Okay, mach's, mach's, mach's platt, weil das bringt sonst nix. Müssen wir hinter... Müssen wir... Die, die, die gehen irgendwann weg. Ich will mir mal gerade eben, wenn ich es schaffe... Oder unten ist ein Lohnstorner. Richtig fetter Lohnstorner. Da hinten auch. Ich weiß gar nicht, ob das hier... Ja, das Problem ist, ich sehe... Ja, ich will auch ne Lobe haben. Uah, hier geht's ne... Ja, was machst du denn? Ah, runter. Darfst du doch nicht reinrennen. Nein, ich sehe doch nichts. Und ich habe Glück gehabt. Hier geht's nämlich tierisch runter. Oh, shit, da ist die nächste. Du musst weg, ich bin fast tot. Hm. Ehrlich? Oh, ich auch. Ja. Schlecht. Ich habe dich geschlagen. Mehrfach sogar. Echt? Weil du nämlich reingerannt bist. Ja. Hab ich nicht... Achtung, da ist ein Wizard-Skelett. Nee, das ist ein Zombie. Pikmin. Tschüss. Aha, deswegen. Das war ein Zombie-Pikmin. Ja, ich weiß. Ich habe gerade nur angegriffen, dass er weg ist. Hast du Pfeile? Äh, ja. Viele? Noch ein paar. Okay, neun. Dann habe ich gleich keine mehr. Ja, ich habe noch neun Stück. Verdammt, ich will auch so ne blöde Loa haben. Hier, ich habe drei Stück. Ach, dann gib mir eine. Dann kann ich... Was brauchst du die dann? Irgendwann mal nen Brauchstand bauen. Ja, jetzt haben wir das Problem. Jetzt hast du einen Slot voll und ich einen Slot voll. Macht doch nix. Ja, gut. Ähm, was gibt es denn hier noch Schönes zu finden? Äh, was gibt es hier noch zu finden? Äh, Kisten, wie gesagt. Und ansonsten... Ansonsten? Nix. Halt den... Was? Wer hat mich denn da jetzt angeschossen? Verdammt. Gott. Ich sterbe hier. Also, nein. Ähm, die Wisser kannst du halt hier finden. Die brauchst du halt, um den... Die stehen... Na? Den großen Wisser zu bauen irgendwann. Deinen kleinen Endkampf sozusagen zu machen. Oh mein Gott, diese Pigmen sind immer noch sauer, ey. Der ist scharf auf uns. Ja. Und ich frage mich echt, wieso? Und Schiff. Es hat doch keiner die gehauen. Nee. Boah, ich verstehe es nicht. Da ist ein... Da ist wieder so ein Skeleton. Manneken. Ach, guck an. Die spawnen wie nix. Geh weg. Oh shit. Ja. Die spawnen echt wie nix. Komm her. Hey. Komm her. Na komm. Komm her. Ach, komm schon. Der hat mich erwischt. Ich glaub's nicht. Boah. Fünf Sekunden. Was ist mit euch scheiß Schwein los? Tschüss. Wir sollten hier aus der, aus der Zone mal rausgehen. Mhm. Das wär ne gute Idee. Dann verlieren, dann verlieren die den, ähm... Gehen wir in die Richtung hier weiter? Den Dings. Ja. Dann hören die mich auf. Oh Gott, ist es schon... Oh Gott. Schon wieder? Okay, weg. Tschüss. Oh. Kommt schon der nächste. Hey. Ich bin gewissert. Oh. 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 Ich bin gewissert. Oh Gott. Das ist jetzt... Alter Friede. Ich bin gewissert. Echt? Wo waren die? Nicht mehr. Das Skelett ist an dir vorbeigelaufen. Hast du's nicht gemerkt? Nein. An dir vorbei auf mich. Es war nur ein Skelett. Nein, nein, äh... Vorher. Geh mal weg, geh weg, geh weg. Ach, verdammt. Ging in die Wand rein. Lass uns... Moment. Ich hab doch... Da, da in die Richtung mal weiterlaufen. Ich glaub, du kannst geradeaus einfach durchlaufen. Mhm. Genau. Sollten uns gleich wieder treffen. Wir müssen echt irgendwie mal aus dieser Zone raus, wo diese ganzen Zombie-Pigmen sind. Oh, shit. Na toll, hier ist Ende. Oh mein Gott, da hinten geht's weiter. Achtung. Okay. Oh Gott. Das ist so ein zerstückeltes Ding. Aber das ist zu weit weg. Da geht's noch weiter. Da. Pass auf, hier ist Ende. Nicht fallen. Da hinten geht's weiter. Da ist noch mehr. Ich mach mir trotzdem mal einen Marker rein. Mhm. Da. Ja.